Hier seht ihr nochmal unsere Foot-Track-Übersicht. Wir werden das jetzt starten. Wie wir das gemacht haben, habt ihr ja im letzten Fall gesehen. Wer es nicht gesehen hat, muss unbedingt nachholen. Ja. Hallo, rüber. Ja, drüben. Ja, komm, passt. Aber ich möchte gerne... Gehen? Ja, spielen. Wir spielen uns mal ein. Ich muss jetzt schnell gehen, wir nehmen die Klappe. Okay, ja. Okay, wir starten dieses Spiel. Mit einem blauen Bildschirm. Okay, du bist gerade gegen die X-Blocks gegangen. Okay, das wollte ich schon. Zack, boom. Zack, boom. Also, was ich unbedingt machen muss, warte ich mal. Ja. Ach, Trainer aus. Ja, klar, wir sind die FIFA-Pros in der Wall-Head-Trainer. Nee, ich auch nicht. Nein, ich bin hier. Ach, klar. Perfekt. Und, ich bin wo? Ja. Nee, Rehlo. Okay, okay. Und schieß. Nein. Nein! Elva! Schwierig! Spaß! Ok! Elva! Und, um, 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 um! Ok! Das ist quasi Dremitsch! Darmer! Auch Raphael! Der Bruder von Ronny! Ok! Äh... Quanta! Quanta! Ja, sonst war auch! Schaltenkriege! Nein! Jetzt! Kommst zu dem, kommst du! Ja klar Junge! Schöner Pass! Schöner Pass! Schöner Pass! Schöner Pass! Schöner Pass! Schöner Pass! WTF! Ach da! Ähm... Nein, 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 nein! Ok! Ja! Ok! Das war noch knapp! Das war auch meine erste Riesenkanze! Ok, ähm... Das Ding, der... für neue ein Spiel kam! Ja, guckt euch alles... Guckt euch alles... was für Deutsch! Guckt euch alle den ersten Part an! Ja, der war... oder unseren ersten! Der war... gut! Dann seht ihr auch... Lach doch! Ne, geht gleich! Dann sehen wir auch, wie wir hier... Seht ihr auch, wie wir das... Seht ihr auch, wie wir das... Teamerschleffer? Ja! Auf jeden Fall! Äh... während wir hier einen schlechten Pass gesehen haben... Ja... Aber auch eine gute Balle... Also... Ich hab... Also... Ich muss sagen... Ich bin auch schon mal auf PS3... Also... Ich bin so unbewohnt... 4... Aber... X-Box 4... Ja, aber eigentlich... Es passt... Die gleiche Steuerung... Ich... Ich... Äh... So wie bei... Playstation... Ach... Ja... Ich... Ja... Ja... Kein Wunder... Okay, ich weiß es aber wieder... Ich weiß es aber wieder... Ich tue die ganze Zeit auch mal... Also auf PS3... Heißt es R1... Hier heißt es was ich nicht... Ja... Hier... Heißt es eher B... Okay... Hier... Messi, Junge... Fakat doch! Ja, Mann... Ich... Messi, Junge... Da kann ich nicht widerstehen... Du hast doch... Vor PS3... Ich weiß... Was ich da rausgehauen... Ja... Scheinlich, Junge... Dann geh ich nicht nur auf die Seite... Josef Dürmich... Jować Dürer, du... Jować Dürer... Jować Dürer... Okay, Mann, Jować Dürer... Hier, okay, hier... J McConnell... Ich weiß die Err... Die Err... Die Err... J WHIKE... And... Hier... GEM... Z Dürer... Me, J lieutenant... Ehehe... Nichts okay... ich bin so freundlich ich bin so freundlich ich bin so freundlich ich bin ja mit von der Partie ich bin so er kennt sich besser mit wie vor aus als ich also ja siehste ja lern von mir okay das war schlecht ich bin halt schicken ich bin wie ein großer Doppeltrainer nein brauche ich nicht oh nein oh ja boah ja auch geil das ist so schön okay mach flach ja BOOM und man muss die Tastatur hier das ist so tief ich dachte dann hä? muss man die Tastatur? Nein 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 pass auf du hast den Ball ja ich hab den Tastatur gar nicht in dem Gewinn ja oh ja nein ich konnte ja genau oh ich hab mal oh was hast du jetzt hängengestellt ist? auch weil wir sind weil wir sind weil wir sind ja das heißt weil Halden nicht verspielt ja ich bin mir auch bewusst das weiß ich das hält es vom Framer lernen können nein ich glaub sowas geht nicht das glaub ich auch nicht ich bin aber schön dass ich den Träner eingebaut habe für den Lübz und euch ne ich kann da nicht zu okay ich kann zwar nicht so gut ja ja ich sag dann gar nicht du sagst gar nichts ne bleib mich fressen bleib mich fressen bleib mich fressen und spiel Fieber ich weiß nicht nur du ich mach das auch hoch ich mach das auch hoch ha ha ich koste noch den Mittel wie viel Admet schon oh okay oh ja hab ich nicht oh hab ich nicht ok skill move hau ich raus schön falls mal nix gemacht war so und nix ich hab aber egal ich hab alles drauf okay oh eine weiter noch nicht da in die Mitte du ich bin nicht wie der Controller gehört dein Controller ist ausgeschlagen warum wenn ich deine Augen okay ich bin immer noch eins wir haben weil du es mal willst ja 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 dann sind wir nicht so kurz scheiße verschenben jetzt hört ein Controller wieder aus halt ruhig ich versuch's ich hab diese Grund jetzt eigentlich nicht Pause gemacht eigentlich wird jedes mal wenn ein Controller ausgeht Pause gemacht läuft dann am Start auch und sie ist nicht ich bin hier okay ich bin immer auf mich schwer weil zu schwer ist mir zu schwer und zu leicht ist mir zu leicht ich bin nicht zu schwer ist mir zu schwer und leicht ist mir leicht leicht ist mir leicht die Unge was für leucht ich weiß ich hab nur die Füße zu mir das ist der Grund warum wir immer zur Schule gehen ich will Deutsch lernen ich kann Deutsch ja weee oder du gehst einfach nur den Schroberbosch weee nein hol den auf den Wald nein nee für mir Spaß Gani Chaker Gani Chaker Chaker hol die den wow Lessi Skilling aus schön Lessi Super Skills jetzt ist die Wörter versteht mich ja 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 ich hab ne ja 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 ich weiß nicht ob das noch nicht wird weil jetzt die Hälfte haben wir ja dann machen wir noch ein Ex-A-Port wo wir das spielen oder wir können nachhaltig sein ja 3-Parte, wir sind ja 3-Parte da machen wir den zweiten also den zweiten Part jetzt von er, also die zweite Folge vom zweiten Part seht ihr jetzt gleich und also das war der zweite Aufnahme-Film ja eigentlich nicht so aber ja ok dann bis zur nächsten Folge die auch mit diesem Video hochgeladen wird ja ok ihr müsst halt nur einen Klick tun und dann guckt ihr halt diesmal an Peace